Sind Sie beeindruckt, heute? Ja, ich bin heute von der Vielzahl der Bürgerinnen und Bürger sehr begeistert. Also das habe ich auch erlebt, dass um 6 Uhr, dass hier wirklich um 19 Uhr statt um 18 Uhr waren so viele Bürger da, dass eigentlich man wirklich sagen muss, es geht eine Welle durch Pforzheim und es war auch im Gemeinderat so. Als wir gehört haben, dass hier ein Masterplan entstehen soll, war eigentlich innerhalb des Gemeinderates eine hellige Meinung, da machen wir mit und zwar begeistert über alle Parteigrenzen hinweg. Das finde ich eine tolle Sache.